Gleich betritt der Todesschütze in einer roten Jacke den Supermarkt. Es sind die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, möge sich bitte umgehend bei der Polizei in Hannover melden. Die Telefonnummer haben wir eingeblendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020